Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur Auslosung meines Gewinnspiel von The Jumping Hotdog zu verlosen hatte ich hier einen Code für die PS4 Version und alles was ihr dafür tun musstet einfach lediglich mit dem Wort Hotdog kommentieren oder das ganze in einen coolen Text reinbringen da waren schon ein paar geile Sachen wieder dabei finde ich immer wieder nice dass ihr euch dann auch wirklich ein bisschen Mühe gibt anstatt immer nur Hotdog zu schreiben soll jetzt natürlich kein Vorwurf an die anderen sein die nur Hotdog schreiben also nicht falsch verstehen hier und ja das Gewinnspiel ging bis heute morgen 6 Uhr das Gewinnspiel ist dementsprechend jetzt hier vorbei und ja jetzt werden wir natürlich mal schauen wer denn hier der glückliche Gewinner ist wir kopieren natürlich wieder den Link hier vom Gewinnspiel ich mach das hier immer noch klein so dann gehen wir rüber in den Random Picker so da fügen wir den Link natürlich wieder ein dann machen wir hier wieder ein Häkchen bei doppelte Benutzer filtern falls der ein oder andere meint wenn er drei vier mal kommentiert hat er größere Chancen nee hat er nicht also ja könnt ihr euch dann dementsprechend sparen und hier geben wir natürlich das Wort Hotdog ein ja darum ging es ja dann lösen wir noch hier das Capture Capture 3 plus 1 4 zack und dann YouTube Kommentare erhalten 38 Stück ne und dann schauen wir mal wer denn jetzt hier die PS4 Version gewonnen hat da ist unser Gewinnt Gewinner Gewinner Marius Antonik ja herzlichen Glückwunsch du hast hier die PS4 Version zu The Jumping Hotdog gewonnen also kannst du hier einmal umsonst ein Spiel platinieren ja hier ist das Kommentar heute fühle ich mich auch wie ein Hotdog ja nice ja gratuliere damit du auch jetzt ein Code von mir erhältst musst du natürlich mich anschreiben entweder auf Facebook Instagram Twitter oder PSN ja wo immer du magst schreib mich da einfach an und dann bekommst du natürlich auch von mir den Code ja Leute dann war's das schon wieder vielen lieben Dank fürs Mitmachen fürs Zuschauen wir sehen uns im nächsten Video wieder bis dahin macht's gut und Servus geht's